moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar habe ich heute eine neue map für euch und zwar eine baustelle mit kran und so der ki verkehr hält sich natürlich auch dran und fährt nicht dadurch also schon auf jeden fall hier an dieser stelle schon mal props ja und so sieht das gute stück dann auch aus ist halt abgesperrt hier wird natürlich gebaut und so weiter und so fort und hier hält sich die ki auch dran gleich mal gucken ob hier denn auch einer lang fährt ne noch nicht aber so sieht das halt vom weiten aus so na hier doch dann fahren die halt hier unten rum und so weiter und so fort also könnt ihr auch mit ki verkehr auf jeden fall nehmen gut ich würde sagen wir kommen auch direkt zur installation link wie immer unten in der video beschreibung einfach runterladen und einmal auspacken wenn wir das ganze ausgepackt haben so dann haben wir hier diesen ordner beziehungsweise müssen wir einmal hier rein und hier befindet sich dann so das gute stück wieder dreifach verpackt aber gut als nächstes ziehen wir halt diesen ordner hier einfach in den resource ordner und kopieren uns hier schon mal den namen einmal raus und gehen dann zurück in die server cfg und müssen das ganze hier nur noch starten speichern und schließen und somit haben wir die map auch erfolgreich installiert und müssen nur noch den server neu starten und ja gut leute falls euch das video so weit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen daumen herum da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut herein und ciao ciao